yo was geht leute herzlich willkommen neues video von lmsklan tv wieder mal ich alleine hatte ich ja letztes mal schon gesagt ich werde euch ein bisschen was von assassin's creed for story zeigen also jetzt kein let's play kein was weiß ich was sondern eher würde ich jetzt mal sagen ein let's show wie es auf der playstation 4 von der grafik aussieht sonstiges da habe ich mir so ein paar teile einfach mal rausgesucht das ist jetzt nicht allzu lang dreieinhalb minuten jetzt hier das let's show von dem assassin's creed teil ja hier gleich mal das am anfang also das sind alles anfangs sehen jetzt nichts irgendwie später wo was weiß ich was ich bin selber noch sequenz 3 und ja schaut euch hier mal die sequenz an also ich finde das sieht schon ziemlich hammer aus hier mit dem wasser die figuren richtig cool die ganze umgebung richtig geile qualität ja der sand ist bisher ja egal witzig hier schöne lenz vielleicht zu sehen schöne mögen die am himmel fliegen dein mensch war's für dich auch so gut havana ich muss nach havana dann baue ich uns schnell ein neues schiff oder ich bezahle dich ist es nicht das worum es euch piraten geht ein hundert es gut aus sprich weiter hilfst du oder nicht du hast dieses gold nicht dabei oder ich hole ich mir früchte wenn der seinen spaß dabei hat hier auf jeden fall gucke ich jetzt mal ein bisschen so rum das wasser sieht finde ich ziemlich cool aus das war ein schlechter anfang na danke das ist ein schlechter anfang auf jeden fall hier das ist ja wahrscheinlich auf der xbox auch so hier wie sich die ganzen blätter bewegen super geile engine verwendet super geile grafik engine finde ich auf der ps4 auch richtig super jetzt sieht es hier alles aus und da kommen wir auch gleich schon mal weiter zu dem nächsten teil hier sind wir nämlich in la havana auch noch erste sequenz also keine angst leute hier wollte ich euch nämlich unbedingt zeigen wie der regen hier anfängt sieht nämlich finde ich ziemlich geil aus der regen so die einzelnen tröpfchen auch auf dem bildschirm erscheinen und sich den regen und die blitze wird man gleich arbeiten oben links hat diese sehne wird oben habt ihr es gesehen oben links werdet ihr jetzt auch noch mal sehen wenn ich die hochgehe zack krasser blitzmann würde ich auch angst haben hier hier auf den dächern seht ihr auf den einzelnen ziegeln seht ihr auch dachziegeln seht ihr dies dass es glänzt oder habt ihr gerade gesehen mit zu blöd um da noch mal runter zu gehen also ist auch nicht live hier wahrscheinlich merkt sieht auf jeden fall richtig geil aus und jetzt noch zum schluss mal die linkszene richtig ja dass ich die gekriegt habe genauso der höchste punkt in la havana glaube ich und bei sonnenuntergang einfach nur episch richtig geil auf jeden fall und sage ich jetzt einfach mal zum abschluss hofft dass euch gefallen hat wir sehen uns dann beim nächsten wenn es wieder heißt es heißt es wird via multiplayer ja ihr seid jetzt in unserem endscreen und links kommt hier zu unserem letzten video und rechts kommt ihr direkt auf unserem channel drauf und noch mal in der beschreibung könnt ihr auf unserem twitter account facebook und natürlich zu unserem live stream twitch account also leute macht's gut